Hallo meine Küken und damit recht herzlich willkommen auf unserem Rosti-Kanal und zum kleinen Flur-Fan-Game, heute spielen wir uns einmal. Ich glaube, es ist noch eine Demo von Five Night at Arsenal. Vorher bitte noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das hier alles nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen, vielen Dank, Freunde. Eure Enorme Helden. I love you. Dankeschön. So, new game. Oder hier im Roblox-Style. Roblox. Oder Roblox. Das ist Roblox, oder? Style. Die Figürchen, oder Roblox. Wir haben eine Maske. Zumindest mal... Oh, der hat so viel gekannt. Wo sind wir eigentlich? Play Audio. Ja, wunderbar. Wir haben wieder eine Audio-Funktion. Das sind schon mal... Oh, Soldaten. Oh, Soldaten. Oh, Soldaten. What the hell? Die kamen jetzt schnell. Das ist nice. We haben jetzt die Camps mal durchgesehen. Nice. Play Audio. Aber die kamen ja sowas von rasend schnell. Habt ihr es gesehen? Oder... Die kamen ja so rasend schnell, Leute. Ich hab' 엄청 verliegt. Ich hab' dieser gesagt. Gut, ich hab' dieser schon oft ge... Böse Bube. Böse Buben. Böse Buben. What the hell? Ne, ist die bescheuert. Die kommt ja da einfach nur ins Fenster geklöpft und labert mir noch einen Felsspann-Rucksack. Yo, what's going on, baby? Bis deppert? Die ist ja schon schneller wie ich. Hat die drunter? Die ist ja bescheuert. Kommt die vielleicht hier runter? Oder wo wusste die? Ich denke mal, die kommt von hier. Voll anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und vor allem wie schnell. So schnell kann doch kein Mensch reagieren. Und da fliegt man ja den Koppen weg? Nice! Die hat sich ja nicht alle überscheuert. Das ist doch nicht dein Ernst, die Bubele. Vor allem, woher rennt die die blöde Kuh? Das Geräusch ist so crazy. Letztes Mal kam der Ander hier am Fenster. Und jetzt kommt sie. Jetzt pass auf. Was mach ich nun? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich weiß, wo sie herkommt. Aber ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wenn sie kommt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was ist denn, mein Freund? Was ist falsch mit dir? He 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 he! What is wrong with you? Baby blue eyes... Peach sky blue eyes... Really? Hot bud! Is there a demo? We can just leave it on! Because I'm not going to talk to you! I'm not going to talk to you! Have you seen? Even with a mask doesn't work! Dant... Last try... I'm going to look into the camps... ...stimmt doch was mit dem Spiel nicht, oder Leute? Da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt... Und ich weiß ja nicht mehr, wo sie herkommt. Ich würde sagen, sie kommen von hier! oder nicht oder kommen sie von draußen kommen sie von draußen ja freunde wir lassen es jetzt mal das war five night at arsenal irgendwas stimmt da wohl nicht denn irgendwas läuft da falsch im kopf bei diesem endkrieg aber naja ich würde roblox style sie hüpft halt einfach das venture und rennt auf dich zu und vielleicht will sie mir einen kuss geben mag ich aber auch nicht wir bedanken uns natürlich bei euch fürs zusehen würden uns freuen wenn ihr wieder einschalten würde auf unserem rosti kanal bitte bewertet euch das video schreibt es in die kommentare aktiviert die klo gucken falls ihr noch kein abo habt einfach nur aufs kippchen drücken presset button zu subscribe ansonsten genießt das leben habt spaß passt auf euch auf schützt euch und bleibt gesund ja okidoki bitte schützt euch ertragen wir sagen tschön bitte und fingerlicker uns euer smdaily dominion der restaurateur und der rosti der ältere her das bin ich gelöst man und so thank you good bye good night